Hi, mein Name ist Arne und heute zeige ich dir wertvolle Übungen, die deine Balance und Stabilität trainieren. Und das Ganze machen wir mit dem Stabilitätstrainer aus der Arts Vitality Serie. Ich habe hier direkt zwei Ausführungen, einmal den blauen, den etwas leichteren und den schwarzen, der ein bisschen anspruchsvoller ist. Ich trainiere heute mit dem leichten und ich würde dir auch empfehlen, das Ganze barfuß oder auf Socken zu machen, weil einfach das Fußgewölbe anders arbeiten kann, als wenn du es mit Schuhen machst. Leg dazu den Stabilitätstrainer erstmal auf den Boden, gewöhn dich erstmal daran. Du merkst jetzt schon, dass das Material leicht nachgibt, die Ferse gräbt sich leicht rein. Erstmal daran gewöhnen und von hier aus beginnen wir jetzt mit einer leichten Kniebeuge. Du nimmst die Arme nach vorne, versuchst jetzt erstmal die klassische Squat-Position einzunehmen und spürst jetzt schon, dass der Fuß ganz, ganz anders arbeiten muss, als wenn du am Boden stehst. Das macht natürlich noch nicht die Stabilität aus. Wir müssen jetzt einfach mal das Bein lösen. Zieh das rechte Bein mal mit nach oben und dann merkst du sofort, wie das Standbein auf dem Stabil-Trainer arbeiten muss. Wenn wir mehrere Ebenen miteinander kombinieren, drehen wir jetzt den Oberkörper einfach mal in der Rotationsebene zum Bein, was angehoben wird. Dann merkst du schon, hier wird es deutlich schwieriger und dann das Ganze einmal lösen. Nächste Variation. Wir starten wieder im parallelen Stand. Wir fangen jetzt mal mit dem linken Bein an. Und zwar gehe ich von hier aus nach hinten in eine Lunge-Position. Halt das Ganze mal und komm erstmal wieder hoch. Ja, gewöhn dich immer vom Tempo daran. Hier haben wir eine Kraft, die Stabilität und dann wieder nach oben. Wir machen das Ganze jetzt mal zur Seite. Von hier aus. Seitlicher Ausfallschritt und wieder hoch. Mach das nochmal zur Seite. Jetzt kombiniere die Bewegung einfach. Du gehst einmal nach hinten. Hast den sicheren Stand wieder auf dem Stabil-Trainer und gehst einmal zur Seite. Wenn es jetzt um die Balance geht, machen wir folgendes. Wir nutzen den Tap als Knee-Lift und gehen direkt in die fließenden Bewegungen. Hoch und da kannst du die Arme natürlich auch als Hilfsmittel einfach so ein bisschen mitnehmen. Finde dein Level, ob etwas leichter oder schwerer. Und wie gesagt, der ist etwas leichter, der wäre schwerer. Mach die Übung auch nochmal etwas anspruchsvoller. Nächste Übung. Wir kommen jetzt zu einer Open-Squad-Position. Füße sind geöffnet. Und du kannst das Stabby-Pad jetzt hier nutzen, um dich darauf abzuknien. Und kommst dann wieder hoch. Wichtig bei der Übung ist, du bleibst tief. Für die Knie ist es jetzt komfortabel, wenn du runtergehst. Und das ist eigentlich eine kraftvolle Übung nochmal für die Oberschenkel. Hier nutzen wir das Pad nur, um uns komfortabel nach unten einmal hinzuknien und wieder aufzurichten. Kommen wir zur nächsten klassischen Stabilitätsübung. Du kannst dich einmal mittig mit einem Fuß draufstellen. Gehe von hier aus erstmal in so einen leichten Tab und heb das Bein mal in Stufe Nummer 1 an. Wieder absetzen. Wir machen das Ganze jetzt ein bisschen schwieriger. Du nimmst die Arme mit nach vorne. Kurz halten. Jetzt siehst du schon, wie der Fuß zittert. Oder du gehst komplett in die lange Körperwaage und kommst wieder hoch. Mach das Ganze nochmal. Langstrecken, Standbein gebeugt. Und das ist eine richtig gute Übung für dein Sprunggelenk. Teste die einzelnen Variationen von leicht zu schwer. Wir kommen jetzt zur nächsten Variante. Und zwar geht es etwas nach unten Richtung Boden. Knie dich von hier aus einmal hin. Wir legen die Unterarme. Und wir kommen zur Plank. Stufe Nummer 1. Von hier aus kannst du die Knie leicht absetzen. Erstmal halten. Und wir gehen von hier aus in die lange Plank. Einmal anheben. Stabilisieren. Und jetzt dreh dich einmal mit dem Ellenbogen nach oben auf. Hier einmal halten. Die Seite stabilisieren. Wechsel. Ups. Da kommt man schon immer leicht raus. Auch ich wackele zwischendurch mal. Von hier aus tief. Leicht drehen. Und wieder zurück. So, bei der nächsten Übung machen wir die Walking Hand Plank. Ich zeige dir das Ganze mal in der leichten Variante. Du stützt dich von hier aus nach oben ab. Nutzt die seitlichen Kanten. Und gehst zurück in die Plank Position. Das wäre Stufe 1. Wenn du mehr möchtest, komm in die lange Plank. Ellenbogen absetzen. Stabilisieren. Und nach oben gehen. So, alles zum Thema Liegestütze auf dem Stubby Pad. Macht auch seinen Sinn, weil wir hier immer aus der etwas höheren Position zur Seite nach unten gehen. Uns mit der oberen Hand hier aus dem Schultergürtel stabilisieren müssen. Nach unten abfallen. Wieder hoch und tief. Funktioniert natürlich auch in der langen Variante. Alles anspannen und dann mal testen, wie weit nach außen du gehen möchtest. Umso schwieriger wird die ganze Geschichte. Wenn du Liegestütze mal leicht schräg machen möchtest, kannst du das Ganze natürlich auch als Knie-Pad nutzen. Du kannst hier nach vorne gehen. Dann haben wir nicht die Stabilität im Oberkörper, sondern machen das Ganze hier auf dem Pad als Knie-Unterstützung. Wenn du jetzt sagst, ich möchte ein bisschen mehr Oberkörper und Core trainieren. Einfach das eine Bein einmal ausstrecken und nur mit anderem Bein stabilisieren. So hast du nochmal eine gute Alternative auch für Liegestütze. So, bei der nächsten Übung machen wir jetzt eine für die seitlichen Bauchmuskeln. Kann man natürlich im Liegen machen, zeige ich dir gleich. Wir starten aber erstmal in einem Kniestand. Wenn es um das Thema Balance geht, kannst du natürlich hier auch erstmal anfangen, das Bein so ein bisschen zu heben. Immer mal wieder lösen, kurz balancieren. Oder du gehst hier in die etwas tiefere Position, stützt dich ab und ziehst von hier aus die Seite. Es macht einen großen Unterschied aus, ob du den hinteren Fuß, den hier, hier, einfach gestreckt hast. Ich zeige dir das mal von der Seite. Ob ich hier arbeite oder ob ich den Fuß hier hinten löse und dann eher mit dem unteren Unterschenkel, mit dem Schienbein noch ein bisschen aufliege und stabilisieren muss. Probier beide Varianten mal aus und du merkst sofort den Unterschied in der Core-Muskulatur. Wir nutzen das Stabi-Pad jetzt einfach wieder zur Hüftunterstützung. Da kannst du dich einmal seitlich ablegen. Und dann hast du hier auch eine Möglichkeit, aus diesem seitlichen Zug nach oben zu gehen. Oder von hier aus auch mal in die ganz lange Variante zu gehen. Da muss man das ein bisschen austesten, wo man liegt. Und dann hier nach oben heben. Das wäre dann die Stufe Nummer zwei. Gut, kommen wir von hier aus zu den Bauchübungen. Dafür darfst du dich einmal mittig drauflegen. Teste mal aus, wenn du hier im 90-Grad-Winkel liegst. Arme sind entweder hinterm Kopf und dann von hier aus. Ein Bein nach unten lösen. Ich zeige dir jetzt mal verschiedene Varianten für den Bauch. Stufe eins. Level Nummer zwei. Beide. Beide. Arme einmal mit nach vorne nehmen. Und von hier aus. Diagonales Bewegungsmuster. Oder du machst wirklich von hier aus den langen Crunch und ziehst dich wieder hoch. So, das wären aber die klassischen Bauchübungen. Wenn es wieder um die Balance geht, auf dem Stubby Pad, kommen wir jetzt mal in eine sitzende Position. Füße einmal lösen. Und wenn du magst, gehst du mal in so eine leichte, rotierende Bewegung. So, bei der nächsten Übung sitzen wir eigentlich schon genau richtig. Versuch mal beide Fersen abzusetzen. Die Arme mal nach oben zu strecken. Ein Bein heben. Und jetzt geht es wieder mehr um die Balance. Heb mal beide. Und von hier aus so leicht hin und her schwanken. Dadurch hast du eine super Aktivierung. Hier für die seitlichen schrägen Bauchmuskeln. So, kommen wir eigentlich schon zur Abschlusskür. Wir kommen jetzt noch mal zum Rumpf, zum Vierfüßlerstand. Stufe 1 wäre, wenn die Hände am Boden sind. Und du hier einfach mal in der Diagonalen hebst. Kurz halten. Das macht auch wieder einen Unterschied, ob der hintere Fuß am Boden ist. Hier einmal strecken. Und dann kannst du natürlich auch, das passt eigentlich auch hier in den Ecken, an die Kanten gehen. Dann hast du alle vier Elemente vom Boden gelöst. Und das Ganze ist so ein bisschen der Seiltänzer. Du siehst schon, dass ich auch ausgleichen muss. Und das Ganze natürlich rechts und links. In der Abschlussübung zeige ich dir noch mal eine für den Rücken. Hier wieder drauflegen. Wir kommen zur Swimmer-Variante. Diagonal heben. Jetzt haben wir eine leichte Erhöhung. Somit fällt es uns auch immer ein bisschen leichter, hier die Arme wirklich nach oben zu bringen. Und dann einmal alle Viere anheben und dann so ganz leichte Schwimmbewegungen machen. Ja, das waren meine Übungsvariationen. Es gibt natürlich noch viele weitere Variationen, die du für dich entdecken kannst. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß mit dem Stabilitätstrainer. Ich wünsche dir die Arme, 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 der Arme, die 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 Arme. Bis zum nächsten Mal.